Er dürfe mitentscheiden. Und nun, es ist bald vorbei. Die 15 Minuten sind vorbei und jetzt steht gleich fest, wer die 10 Qualifikanten sind, wer ausscheidet. Während die Zahlen gezählt werden und zusammengefügt werden, erwartet uns jetzt eine Sensation. Eine All-Star-Band mit den Gewinnern der letzten 5 Song-Contests. Mit der Aserbet mit aserbaidschanischen Musikern zusammen spielen sie ihre Siegertitel und das wird eine Überraschung. Hier sind Dima Bilan, Maria Scherifowitsch, Alexander Rübak, Lena und El und Niki. Zusammen mit traditionellen Musikern aus Aserbaidschan, das ist doch mal ganz was Ungewöhnliches und Neues. Viel Spass! Even with the thunder in the storm in the airs, I'll be strong in the airs. And it's twirl like a dream of the wind, nothing's gonna move this mountain, or change my direction. I'm falling out of the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall, nothing's gonna dim my light within. But if I keep blowing on, it will never be impossible. Not today, not today, hey! There's something to believe, and as long as I breathe, and there is not a limit to what I can dream. Cause I get something to believe, and mission to keep climbing, nothing else can stop me if I just believe. I believe, I believe, I believe that mission to keep climbing, nothing else can stop me if I just believe. Out! Out! ARD Text im Auftrag von Funk MOLITVA 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 Let's head over.